Hast du vorweg irgendwelche Fragen? Möchtest du irgendwas wissen? Erstmal noch nicht. Wer ist aus der Mannschaft der beste Tänzer? Ogi. Das ist auch Ogi, ja. Wer hat die coolste Frisur? Wir haben ja eigentlich so einen Extravaganten dabei, oder? Eigentlich keiner, der jetzt so völlig rausgeht, ne? Nee, also ich finde, viele haben einen ordentlichen Schnitt. Weiß nicht, also, ja, ist ja auch ein bisschen Ansichtssache, so. Naja, aber ich finde, alle solide, so würde ich jetzt mal sagen. Wer ist der Mädchen-Schwarm? Boah, gute Frage. Gute Frage, ja. Vielleicht, vielleicht Raine, also Königswärfer, ups, Königswärfer. Okay. Wer ist der Ehrgeizigste aus dem Team? Boah, da haben wir einige. Also, wir haben echt, ja, wir haben echt viele Spieler, die da, die, wenn die verlieren, richtig sauer sind. Oder auch viel nach dem Training noch machen und investieren. Also, ich glaube, da ist schwierig, jetzt einen herauszuheben, aber da haben wir schon. Also, da sind wir echt gut aufgestellt in dem Bereich, da haben wir wirklich. Wer ist die Spaßkanone? Spaßkanone ist, ich würde sagen, unsere beiden Franzosen sind schon echt lustig so. Dom P und Will, obwohl man Will oft noch nicht richtig versteht, weil er Deutsch so semi-gut kann und Englisch auch nur so ein bisschen, aber das kommt langsam und das, also wenn er was von sich gibt, das ist echt immer richtig witzig und Dom P ist auch super lustig. Baka ist auch richtig witzig, so. Habt ihr einen, der immer der typische ist, der zu spät kommt, der immer so ein bisschen hinterher hängt? Ja, ich will ja jetzt keinen in die Pfanne hauen lassen. Dazu äußere ich mich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Alles klar. Bei einer Zombie-Invasion, wer aus dem Team würde überleben und wer nicht? Wer würde erfolgreich rausgehen? Erfolgreich rausgehen? Boah, ich glaube, erfolgreich rausgehen würde, ich glaube, Bobby, also Glatzfeld, weil er ist groß, er ist stark, er ist auch schlau, also er könnte hart auf hart ein bisschen kämpfen, kann auch weglaufen. Ja, ich glaube, er wäre gut dabei. Ja.